Ja liebe Zuschauer, danke vielmals sind Sie heute den ganzen Nachmittag dabei gewesen bei unserem Livestream von Agrama. Kommen Sie unbedingt selber vorbei an die Messen und schauen Sie sich die interessanten Neuheiten an. Es hat noch viel mehr, als wir Ihnen zeigen konnten am kurzen Nachmittag. Kommen Sie vor allem unbedingt an unseren Landfreundstand in der Halle 3.1. Da können Sie Ihr Treuegeschenk abholen, falls Sie Landfreunde abonniert werden. Falls Sie noch nicht Abonnent sind, können Sie da noch Abonnent werden und an einen sehr interessanten Wettbewerb mitmachen, wo es unter anderem einen Rasenmäher im Wert von über 10'000 Franken oder einen Valtra Traktor zu gewinnen gibt. Eine hübschen Abend miteinander.